. Da sehen Sie gleich die Rollenverteilung. Also die Angriffsspielerin Tamara Borosch gegen die Abwehrspielerin. Das wird eine extrem spannende Partie werden. Sie lesen, Sie hören es vielleicht. Zu drehen und mit Schnittwechsel den Rhythmus von Tamara Borosch zu stören. Aber Sie sehen, sie kann auch offensiv agieren. Diesen Ball dann technisch sauber zu kontrollieren. Das heißt, den eigenen Aufschlag in der richtigen Länge, wie man ihn haben will, zu setzen. Ja! 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 Ja!